Westfalenblatt, die Lokalzeitung. Am Mittwoch ist im Lippischen Lage bei Bauarbeiten eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. 1800 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Von der Evakuierung war auch ein Altenheim betroffen. Für die Bewohner wurde eine Unterkunft in einem Schulzentrum errichtet. Rettungskräfte aus OWL und die Polizei unterstützten bei der Räumung des 500-Meter-Sperradius. In der Nacht auf Donnerstag konnte die 500-Kilo-Bombe amerikanischer Bauart gegen 2.20 Uhr erfolgreich entschärft werden. Die Bundesstraße 239 und die Bahnstrecke in Lage waren über zehn Stunden gesperrt.